Hallo, ich bin Fenja, ich bin Keramikerin hier aus Hamburg. Mein Beitrag ist, dass ich meine schöne rustikale Keramik mit den Hamburgern teilen möchte. Meine Keramik macht aus, dass sie besondere Oberflächenstrukturen hat, dass man wirklich diesen Ton auch beim Benutzen noch fühlen kann. An Hamburg gefällt mir besonders gut das Treppenviertel. Ich liebe einfach die kleinen Gassen dort und das Wasser, die Strandperle. Dann fährt ein Schiff vorbei, man sieht die Kräne im Hintergrund, die Sonne geht unter. Perfekter geht's nicht. Ich gestalte Hamburg bunt und wir machen das alle zusammen.